Hallo und Willkommen liebe Herrschaften! Wir drehen gerade Songs in Real Life hier, ihr wisst es, mit unserem netten Mitbewohner Chang. Wir wollen anfangen gerade. Wir wollen anfangen. Los! Kann man noch nehmen? Ach so, ging der? Natürlich Freunde, willkommen mal wieder hier zurück. Schaut mal in eure Hantel. Mal eine Hantel, mal ein Stuhl! Okay, Jenkins, mach keinen. Ah, fang. Okay, drei, zwei, eins. Jan, wach doch auf! Was passiert jetzt? Ist das schlecht? Ich glaube, man checkt da gar nichts. Das ist mega witzig. Aber langsamer hoch. Ja, ja, ja. Zeig mal den Take. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Das Teilchen halten wir. Das ist ja klasse, was. Ja, ne. Ja, wir müssen es viel langsamer machen. Sieht man denn, dass ich hochgehoben werde? Oder dass ich fliege? Schon. Ist das mega schlecht? Aber lustig, Mann. Das ist der Witz des Jahres. Schaut man denn, was gemeint ist? Ja, auf jeden Fall. Zu hundert. Ja, dann, okay. Wir müssen nicht langsamer machen. Wie komme ich da bis rein? Muss auch nur mit rein. Okay. Ja. Geht noch mal? Fünf, zwei. Ja, ja. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Sag mal, ja. Was? Was passiert jetzt? Freunde, Hammer-Mexiger-Take. Schauen wir mal rein. Boah, mir ist voll schön, wenn ich alles. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, es sah eigentlich ganz gut aus. Ja. Hier. Also, lass das jetzt mal. Ich will dann hier. Achso. Okay. Drei, zwei. Ja, mega, Mann. Ja. Das war's vom Dreh, Freunde. Jetzt wird natürlich hier fleißig geschnisselt. Mal wieder. Mö. Schon soweit. Haa. Oh, hier seht ihr schon Szenen, die noch nicht gezeigt werden sollen. Oh, unter anderem die Tisch-Szene. Ja, wo ist sie denn? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. auctioneer. Freunde auf keinen Fall verpassen, kleiner Djangole, was gibt es da noch zu sagen? Ja, wir schreiben hier gerade ganz viele bei Twitter an, dass wir gerade bei Viva laufen. Ja, liebe Freunde, seid impressed. Und wir verabschieden uns mit diesen Worten und bis dann.